Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von FAYFARM. Verbringe viel Zeit mit deinen Bauernhofftieren, damit sie glücklich sind. Zumindest wollen wir immer viel Milch abernten und farmen. Und scheren und Eier holen und Baumwoll holen. So, es regnet. Jetzt müssen wir ein paar Sachen hier abkuchen. Dann kochen. So, uns einen Regentrank ab. Und dann noch Spaghetti mit Pilzen. So, für uns ist der Regen natürlich gut, weil dadurch müssen wir nicht gießen. Schön. Gott. Dann schauen wir mal oben, was da aussieht. Da ist ein einzelner, eine einzelne Art Schuppe fertig. Gut. Ja. Dann machen wir uns da mal die Pflanzenfilten ab. So. 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 Weiß. Weiß. Also eiffenbein. So. Dann schauen wir gleich mal. So, das müssen wir ja eigentlich so lassen, damit in der Mitte wieder was Neues wechseln. Gut. Dann schauen wir mal nach unseren Tieren. So, Hallöchen Paul. Hallöchen Juba. Hallöchen Dach. Hallöchen Alex. Hallöchen so. So, und der Kirche. Oh Gott. Gehen wir runter in den kleinen Stall. So, dann gehen wir mal auf unser feen Acker. Ich wollte die Bälle nicht schlagen. Ne, ich fang nicht ein. So. Was mögt denn lieber Nüsse oder Pilze? Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich weiß, ich habe in diesem Fall eigentlich nicht. Gibt es ein Rezept mit Nuss und Pilzen gemeinsam? Ja. Bausllig. Gehen wir mal. Jetzt machen wir mal rein. Ja, das ist heute sage ich mal böse wie bestig. Ich habe natürlich nicht verlieb appelt. Ah, mein Rucksack ist voll. Okay, dann sollten wir gleich mal unseren Rucksack etwas befreien von dem ganzen Ballast, den wir mit rumschleppen. So, dann gucken wir mal. So, hier müssen wir nichts machen, hier auch nichts. Sonnenfehl. Hey! Ich musste jetzt hier gerade hüpfen, um an den Fehlstoff ranzukommen. So, hier können wir gerade auch nichts machen. Hier schauen wir nochmal nach uns ein Türchen. Seidenfäden. Gut. Gut. Dann haben wir einen Schattenfehl gefangen. So, ist hier unser... ja! Unser Nektar ist noch dran. So, ich muss noch ein bisschen Teeblätter abernten. Und wir sind jetzt voller Freunde. Kupfererz, ok. So, dann fangen wir ihm doch nochmal Kupfererz. So, dann schauen wir mal. Kupfererz. Oh, ich hab... Ach nee, Kupfererz. Moment, was sind die... Ups. Nee, wir brauchen nur Rohstoffe. Und dann Kupfererz. Golderz. Kupfererz da. So. Gut, dann bringen wir die dann vorbei. Dann haben wir mal eine Quest erledigt. So. Dann nehmen wir noch eine Schnecke mit. Gut. Na, frei durch die Fälle. Wo war der denn? Hier irgendwo, ne? Dann... So, Aufgabe. So. Ach so, äh... Ich hätte auch gern hier. Tadaa! Perfekt. Gut. Da kann was denn bling. Fischi. Dann nehmen wir den Misch, oder? So. Wow. Wie schnell der ist einfach weggegangen. So. Perfekt. Dann haben wir hier einen blauen Katzenwels geholt. So. Nehmen wir noch die Sibelle mit. Und dann geht's... Irgendwo da hinten, hoch, Richtung 5. Nach dem Warnhof. Oh nein. Mein Arm hat gesagt, dass du das durchnest. Nehmen wir noch eine Kratzbeere mit. So. Der Regne ist nicht mehr. Dann nehmen wir noch ein paar Strachebeeren mit. Dann schauen wir mal, ob die Bäume durchtragen. Das ist nicht mehr so ein Warnhof. Ja. Dann nehmen wir noch ein Warnhof. Dann nehmen wir noch ein Warnhof. Na die Warnhof. Dann nehmen wir noch ein Warnhof. Wie geht's dir? Ich habe einen Warnhof. Ich habe alle Warnhof. Und das war ein Warnhof. Ah, hallo Phönix. Ja, ich würde sagen schon. Und bei dir, bei euch. Das ist doch schön, das freut mich. So, haben wir dann schon die grünen Ibelle als Buddy? Wie sie hat sich aus dem Jog geprügelt, wie geht das denn? Hm, ich glaube, ich könnte mal versuchen. Okay, die hatten wir schon. Ich weiß nicht mal, wie man jemanden aus dem Lock prügelt, also. Ich bin bei mir schon mal was voraus. Okay, dann sind wir beide. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich, wie Bella dich aus dem Lock geprügelt hat. Hallo, Kina. So. Gut, na, du? Mit was? Ihr seid wahrscheinlich schon im Discord am Quatsch. Ich bin verwirrt. Ich nicht. Ach so, oh mein Gott, ich bin nicht verwirrt, Leute. Gibt es ein Anti-Loss? Kann ich Minus ein? Kann ich? Echt? Ihr seid nicht zusammen gerade im Discord? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ihr seid alle gerade zu dritt irgendwie oder zu vier, zu fünf oder zu sechs, ich weiß nicht, wie viele ihr seid, gerade im Discord. also du schreibst und dann blinkt es bei den anderen und dann kommt die hierher nur mit also um wir fangen jetzt rum wieder ich gucke schon ständig ins discord aber die verstecken sich von mir niemals nicht das nicht was ist niemals in das ist früher dann gehst du jetzt erst ins bett ich gehe normalerweise jetzt erst ins bett wenn ich um sechs uhr aufstehen aber keine machte nicht vor sich das auch die letzten paar tage immer nach meiner hausarbeit auch von zeit alleine im disco und 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 Ich hab keine Werbung geschaltet, I'm sorry. Ich hab gesagt, ich bin die letzten paar Tage auch immer alleine auf meinem Discord, auf dem flauschigen Kuschelsofa. Also macht ihr nix draus. Dann hab ich mich noch gefragt, wer Twitch macht auch gerne. Ja, ja. Echt? Also, also ich bin meistens so von 17... Irgendwann zwischen 17 und Livestream war ich die letzten paar Tage in meinem Discord. So zweimal in der Woche. Also diese Woche war ich zwar mal da. Okay. 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 So. Okay. Ich will auch hauptsächlich genau hier. Oh, Pina! aber wieso magst du deine stimme nicht aber ich glaube es ist echt für jeden so dass man aber immerhin dieses produktiv bekommst du futter in deinem fischglas aber wieso wirst du nicht so enden hallo bei bella zu sein ich habe das gefühl dass ich sterben werde ich krieg da ein schmiergelpapierflocken okay ihr seid schon echt ja ein bisschen brutal was ihr so an essen verteilt phoenix von dir lasse ich mich nicht füttern da fehlt ein haar dein frühstück klingt brutal ist das ding verpackt aha wenn ich es jetzt an nein das bin ich noch nein perfekt gut gut Vielen Dank.